Okay, seid ihr ready? Jo, alles klar. Vor allem, ich bin voll viele Narben im Gesicht. Narben? Ja. Wovon? Von Headshots? Ja. Bestecken ins Gesicht. Ja, ja. Oh, wow. Die bleiben auch noch ziemlich lange Zeit. Ja, vielleicht von den ganzen Buds Dogs, die du bisher in die Fresse bekommen hast, weil ich auch so den nachladen wollte in deiner Nähe. Ich habe immer gedacht, dass er eine gute Taste ist und so. Wow, David, hey. Komm rein, Jungs. Hör sie ganz nebenbei, wir finden eigentlich meine Hose. Ich habe es bisher noch nicht ein einziges Mal gefragt. Sexy. Oh, ich denke, du hast gut gemacht. Und das wird kein Problem sein. Niemand will sagen, dass hier nichts passiert. According zu meinen Sätzen, Herr Percival, er wird nicht erfolgreich beteiligt auf irgendwelche Regierungskontraktiken, wenn er sich nicht verhindern kann, wenn er sich verabschiedet wird. Du wirst gut. Es wird nur ein bisschen Finesse brauchen. Zwei Teams. Chopper Crew, Ground Crew, all of you will be flying in together. Ground Crew is going to jump into the labs, set up the EMP, make their way toward the information you're after, while the power is down. Chopper Crew holds position in the air, deals with incoming security teams. Once the Ground Crew has what we're after, you coordinate an evac and meet my contact with the file. Are we clear? So remember, if we never meet again, we never met at all. I love you all, which is why it's best we pretend that nothing happened. And if it did happen, it was with me, and it wasn't me, because I was never here. Stay strong. I love you all. Love you. And that's how we get caught doing. Canest du mal kurz eine Zusammenfassung droppen, David? Was haben wir jetzt alles gemacht? Wir haben das Auto geholt. Genau, das Auto geholt, das bewaffnete Auto geholt. Damit haben wir die EMP geholt. Also die EMP Bomber oder was auch immer das sein soll. Die EMP war im Jet. Genau, da haben wir den Jet geholt mit der EMP. Dann haben wir den Jet mit der EMP. Ne, warte mal, da war noch irgendwas dazwischen, oder? Der Heli. Ne, wir hatten das Auto, den Jet, den Heli. Aber wofür habt ihr den Heli gebraucht? Nee, im Heli war die EMP, genau. Nee, im Jet waren die. Im Heli haben wir geholt, um jetzt reinzufliegen. Achso, genau, stimmt. Wir haben Heli besorgt, wir haben die EMP aus dem Jet besorgt. Wir haben das gepanzerte Fahrzeug besorgt. Was wir dann benutzt haben, um die EMP in die Facility reinzufahren. Und das war das, was wir gemacht haben, um jetzt sozusagen nochmal in die Facility zurückzugehen, um was zu machen? Wir zünden die EMP. Das setzt das komplette Ding out. Also kein Strom mehr. Dann springen zwei Leute rein, holen die Daten über dieses Nervengift und holen es raus. Der Rest bleibt draußen und bekämpft die nachrückende Verstärkung von den Leuten. Und die müssen ihr dann aufhalten, ihr müsst dann raus. Wir werden euch dann einsappeln und dann müssen wir die Daten wegbringen. Und dann easy peasy Money. Okay, David fliegt, Mario schießt, Rocky und ich gehen runter. Oder wie machen wir das? Wir machen, ja. Wir machen. Zwei Line. Ich weiß nicht, ob Kevin gut schießen kann. Ja, aber du musst überlegen. David hat die ganze Zeit nichts bekommen für diese Mini-Missionen. Ja. Kriegst gar kein Geld. Ist das eigentlich schon okay so gewesen? Wow. Ich mach mal so, ist okay. Ja, so ist auch fair. Ja, so ist okay. So kann ich akzeptieren. Damit kann ich arbeiten. Ich muss bedenken, Dave beträgt noch 54.000 Aufführerkosten. Ja. Allein, dass du den Auftrag sozusagen gekauft hast. Okay, Leute, seid ihr bereit? Ja. Ja, klar. Ich bin bereit, drücken. Ich habe gerade die Taste gesucht, dafür muss ich zugeben. Mario? 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 Mario. Mario, AfKa. Gleich kommt er zurück. Wollen wir Pipi machen. Okay, du musst jetzt Ready klicken, David. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, what the fuck. Der ist ein Continual. Genau. Nice. Oh, Echo. Gunner, Gunner, Ground Team. Ey, wir müssen uns coole Klamotten aussuchen, ja? Coole? Okay. Wer ist mit dem Anzug da rein? Jawohl. Ja, kommen wir gehen mit dem Anzug da rein. Mein Geschmack hier. Ja, wir haben den gleichen. Hier, den hier. Der sieht ja gut aus. Ja, ich habe einen mit Fliege genommen, so. Was? Einer mit Kovate, einer mit Fliege. Rich man, alles klar. Ja, Fliege treten wir nicht so oft. Oh Gott, ihr seht so kacke aus. Alter, Rocky sieht mehrerschmierig aus mit seinen Haaren. Das sage ich immer und immer wieder, Mann. Wow. Mein Bart tut übrigens mein Übriges zu meinem Outfit, muss man mir das ansagen. Sieht aus wie ein Pilot, ne? Easy. Ja, du siehst wirklich aus wie ein Pilot, Mann. Kämmer sieht aus wie ein Killer. Guck mal, der macht da die Augen zu, der alte Träumer. Richtiger Romantiker. Guck mal, Alter, sieht man direkt. Das ist scharf. Rich man, Mann. Easy peasy. Ich sollte mir auch mal so einen Anzug holen, ganz ehrlich. Really? Ja. Hörst du von Mayo das Autosteerung? Wow. Hallo? Oh, Mayo, nein! Mayo, don't hit it! Wow. Wow. Können wir bitte abhauen, bevor Mayo einen Austeer bekommt? Dave, willst du nicht Mayo mitnehmen? War, ne? Das ist ja alleine. Wow, ohne Scheiß. Du warst jetzt schon wieder. Ja, das kann ich ja auch machen. Ja, du machst ja ja nicht. Hey Mayo, dein Auto ist echt geil. Ja, heute ist gut. Hat das eigentlich Sitzheizung? Ich hab ja auch so sehr mein Schokorie geliehen lassen, ne? Wenn das Bescheid weiß. Dein Auto... Du musst du lachen, mir geh mal zu machen. Dein Auto hatte kein Becher, ich hab's den Fußraum reingestellt. Oh Gott. Alles geplant. Alles geplant. Alles geplant. Alles geplant. Oh. Habt ihr ne Leuchtpistole? Die klar. Ähm, ihr braucht ne Leuchtpistole. Ich glaub die Filme gleich wieder. Weiß ich nicht. Ich hab eine. Okay, gut. Ah, ich auch. Ihr habt ne Pub-Action mit äh... äh... Tile ist also so krass. Wow. Just in case. Meinst du ich Doggles wirklich? Ja. Wow. Ich brauch die auch. Wow, ich hab das nicht gehört, dass ich nicht so krass. Wow, warum müsst ihr immer abkürzen, Mann? Das ist mega gefährlich, Mann. Wow, ich will was schla... Wow. Kevin brauchst dein Auto eh nicht mehr. Billy. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja. Majo ist immer angepisst, wenn sie uns angeklaut werden. Was? 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 Alter. Wem geht das auch an wie ein Auto? Äh... Nego Daniel. Das ist keine Motorhaube mehr. Wow. Hahaha. Hör mal zu, ja? Nur weil Rocky sende ich scheiß Karre. Keine Ahnung. Der hat vermutlich ja kein Auto mehr. Ist von mir kaputt gegangen. Ist doch nicht wieder bestellt. Wow. Kann doch sein, oder? Keine Ahnung. Ja, das kann doch gut sein, ja. Das ist ein Pounded. Wir haben es zerschrotet, vielleicht kriegt sie wieder. Ja, genau. Egal, ich will genug Geld. Ja, oder wir sind wie Kevin, der einfach mal sein ganzes Geld ausgegeben hat für Waffen. Ja, das bin dann eher ich, aber ich hab noch Geld. Ja, aber Kevin hat ja kein Geld mehr, ne? Deswegen muss ja die Mission hier so gut klappen. Ich hab grad ein, ich kann mal ein bisschen Geld einzahlen. Ich hab grad Schreien gehört und irgendwelche andere Dinge. Das hat nichts zu bedeuten, oder? Wow, really? Dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Du kannst beim Morse Mutual Instructions anrufen, um meinen Anspruch gelten zu machen. Ey, nein, Mann! Rocky, komm mal her. Komm kurz her. Komm kurz her. Das, 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 das... Nein, komm mal her, komm mal her Rocky. Das ist ja nicht mein Auto, Mensch. Okay, punch mich mal auf. Das ist ein Traum oder nicht. Warte, das geht nicht. Oh. Hey, was reloaded, ey, holy moly. Ja, Rocky, wow. Ja, man kann sich nicht punchen, ich kann nicht punchen. Okay. Ah, stimmt ja, das ist eine Mission ausgeschaltet. Ich kann das machen. Ey, Kevin, das Problem ist, dass wir jetzt kein Auto mehr haben. Kannst du das abholen? Nee, komm hier. Ich kann einen mitnehmen. Oh, warte mal, wir nehmen das hier. Guck mal, du hast hier irgendeinen... Du hast hier... Wow! Oh! Ey. Ey, und mich genau. Du Spasti! Wow, Alter. Das ist ja nicht passiert. Das ist ja nicht passiert. Ey, warum hast du mich jetzt gerade gefahren? Ich wollte dich nicht umbringen. Ich wollte dich eigentlich nur andipsen. Andipsen mit 200. Nee, ich wollte gerade sagen, ich wollte mich nur andipsen. Oh, Scheibe ist wieder im Haus, bitte nicht. Ihr hättet immer fünf Minuten gewartet mit dem andipsen, dann wär ich am Heli gewesen. Oh, wow, wir sind am Heli. Nice. Well done. Shortcut. Shortcut. Seid mal froh, dass ich so nah dran war, ja. Scheiße, Alter, ich würde sogar Mario jetzt punchen, ne? Ich kenn das Gefühl. I'm so happy, I could punch Mario. Wir punchen einfach den Typen hier rechts neben dem Helikopter. She's all yours. Warte. Und den hier auch noch. Warte. Ich kann nicht punchen. Was der fuck? Warte. Warte, hier, ich bin gerade gegen den einen Typen gegengelaufen, da ist er ungefallen, siehst du? Zack. Dann müssen wir ja ansteigen. Ey, der Typ, der ist ein Stein oder so. Let's go. Ich bin nicht so froh übrigens, dass du so gut fliegen kannst, ne? Ja. Huiiii. Oh, wow. Nicht die Strahlen kreuzen, bitte, ja? Lass mal ein Herz machen. Lass mal ein Herz machen, Alter. Ja, ja, guck mal. Ich mach hier. Hä? Ey, mach mal einen Barrel Roll. Mach mal eine Barrel Roll. Come on. Du war Barrel Roll. Das ist nicht aber, da kannst du glaube ich immer eine Barrel Roll machen. Du verlierst nicht meinen Höhen. Weiß nicht. Ja, ja, ja. Du Barrel Roll. Oh. Das geht aber gar nicht. Looping? Looping geht auf jeden Fall, ja. Okay, Looping. Oh, wir machen das so. Du wirfst uns ab mit einem Looping. Oder mit einem Looping in die Drop Zone. Aber das musst du natürlich erstmal ein bisschen geradeaus fliegen. Naja, von mir ist ja noch ein bisschen höher. Alter, ich hab so das Gefühl, das wird jetzt nächstes MLG-Pilz hier, Alter. Man hat hier sogar ein Wärmesuch mit Dingens hier. Thermalsicht sogar. Wie? Wie machst du das an? Ne, es wird zumindest rechts oben gezeigt, glaube ich. Das heißt, ich weiß nicht so genau. Du kannst auch irgendwie durch die Kamera gucken. Ja, ja, mit dem. Okay, was ist die Drop Zone? Ach, da oben. Direkt vor uns. Dual Looping into the Drop Zone. Müssen wir Fallschirm? Ja. Ja, wir müssen aber, denke ich mal, in diese Katzen reinkommen. Ja, genau. Natürlich. Deswegen machen wir ja Looping. Oh, ne. Der will, ne? Warte mal, Skrill muss ein bisschen Gas geben. Nicht so einfach. Das glaube ich. Oh, wow. Geht es nicht? Ich glaube, es geht nicht. Oh, shit. Noch einmal, noch einmal. Schau mal vor, du würdest im Relife da drin. Ja, ja, stimmt. Wie so ein Schiffschauken ist das hier gerade. Sehr gut, sehr gut, David. Oh, ne. Jetzt ist das auf uns. Ja, perfekt. Komm schon. Oh, oh, oh. Aha. Nach vorne geht es irgendwie weiter? Ja, ja, ja. Ah, nein. Ach, komm. Hei, da geht noch. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ha, 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 ha. Ah, ne. Nur ein bisschen tiefer. Ein paar Millimeter. Careful now! Steady! Steady! Mario sitzt du eigentlich an der Gun? An der Minigun? Ich bin an der linken Gun, ja. Okay, gut, spring! Müssen wir F? Okay, alles raus! 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 Wuhuuu! Kann ich auch rausspringen? Ne, oder? Ne, ne, ne. Oh nice! Was? Was kann man mit Nightwishen anmachen? Mit N, oder? M? Komm, Daniel! Denk dran, mach nicht nen Drain! I'm here, I'm here. Okay. Ähm, ist was hier wie H1Z1? Nein. Ey, wie geh ich nach unten? Gibt's hier irgendwie so nen Trick oder so? Äh, keine Ahnung. Es gibt zwei Tasten, da kannst du so nen gezielten Jump machen, da gehst du glaube ich schneller runter. Oh shit! Ich hab fast den Drain gemacht. Wie sind die Tasten, das ist die Falle? Das weiß ich auf der Tastatur leider nicht. Ich weiß, dass es... Oh Gott! Oh Gott! Bist du tot? Ne, ne. Ah, ne da. Du bist einfach tot. Ey, ich bin da oben gegen so ne Laterne geflogen. Gegen so ne Fahrpflanzlaterne. Kannst du weiter runter? Ja, wir müssen die Höhe beibehalten. Oh! Oh! Uh! That's sexy! Ja, wir gehen erst weiter runter. Jetzt kann ich mich mal... Wie ging ich hier einbretter? Wie funktioniert die Nitration? Äh, es ging einfach an, so automatisch. Oh, okay. Also wir haben nichts gemacht. Ähm. Müssen wir irgendwie... Ne, wir müssen erst tiefer kommen. Ich dachte wir müssen hier draus drücken. Achso, wir müssen erst tiefer kommen. Ne, 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 das ist... Ah, jetzt. So. Ja, wir müssen... Spreng, ich spreng die Steuerung. Wir müssen sie sprengen. Okay, wie? Äh, keine Ahnung. Ähm. Mit Sticky Bombs? Haft, Haft Bombe. Haft Bombe. Noch Haft Bombe dran. Wie... Oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Wie benutzen wir die? Gehen. Oh. Links. Hast du Schalen bekommen? Sorry, ich bin... Bin ein bisschen zurückgeblieben, was das angeht. Ernsthaft. Oh, sorry. Vorsicht, 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 Hockey. Sind direkt Leute, die uns erwarten. Oh, cool. Das ist nicht so gut wie gar nichts. Das ist echt krass hier. Meinst du, dass du im Real Life genauso stark hast? Das Beste ist vor allen Dingen, dass sie das überhaupt nicht interessiert, dass es gerade irgendwie Licht auszulassen und schießen genauso gut wie sonst. Ich muss da kurz eine Sache snacken, einen kleinen Moment. Ja, es muss auch was... Dank dir. Oh, hat der nichts. Der hat so einen krassen Rechtsstrahl, wenn du schießt, ey. Sorry, ich drehe. Oh, shit. Schuss auf uns. Guck mal, wie ich trinke. Hast du das gesehen? Ja. Wie schwul. Guck mal, guck mal. Sieht mega sexy aus. Nice. Übrigens kriegen wir den übelsten Rechtsstrahl, wenn du schießt, ne? Okay. Ey, wow. Ey, du musst wegfahren, ich muss wegfahren. Er ist down, er ist down, er ist down. Okay, er ist down, er ist down. Habt ihr alles einen Griff da? Heli, Heli, Heli. Können wir uns erstmal mit dem Heli da oben. Nein, 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 geh runter, geh runter, geh runter, geh runter. Was machst du denn da? Wir haben Heli am Arsch. Ja. Vorsicht, Rocky, Alter. Woh, oh, 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 oh. Hast du grad einen Affen getötet? Easy und begonnen, easy und begonnen. Oh, shit. Nicht absichtlich. Okay. Ich hab den Krieger drauf. Was machen die überhaupt nicht viele Affen? Ich muss, ich muss essen. Ah, ist da, ist da, ist da. Boah. Ich deck dich. Geht's. Okay, ich werde auch mal eine Runde essen. Kann ich oder bist du gerade beschäftigt? Wow, Alter! Aber ich brauche mir gerade eine, kein Ding. Die Minigun hat echt übelsten Gegenbums, ne? Das ist super schwer, weil sie sich einfach nach links drückt. Darf ich mal einmal aus diesen Gebäuden rauskommen? Oh, die Cola ist echt super gut, Alter. Echt? Gibt ihr viel? Ja, vergleichsweise. Ah, okay. Da kommen noch welche. Soll ich mal Pisswasser trinken? Das ist auch bestimmt gut, ja? Aber ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ich glaube, die haben noch ein paar Probleme. Okay, ciao. Gehen ein bisschen höher für den Heli. Äh... Na klar, Roki, da bist du. Hey. Ja. Oh, shit. Autos? Ja, ne? Ja. Sollen wir nochmal so eine Pisswasserpause machen? Nice. Ich gebe einmal Pisswasser, ja? Vielleicht sind wir da mal drücken? Ja, ist ja mega geil. Ja, scheiße! Kann ich vielleicht ein bisschen Pisswasser haben? Ich bin so ein Psychopathen an der Minigun. Der mich gegen den Berg drückt. Ich bin bereit. 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 Hey, wir stehen vor so einer Wandtextur. Ready? Oh. Den anderen sehe ich nicht. Der ist rechts da. Ich dachte, ich hätte einen gesehen. Ich bin bereit. Ich kann auch nicht hinschießen. Jetzt hab ich. Okay. Easy, easy. Easy, easy. Kann unter uns nicht hinschießen? Ja, sicher. Jetzt kann ich. Nice, direkt. Ist doch schotet. Oh, gut. Letzt mal rank up. Ja, noch zwei Helis. Du bist bereit? Ich bin bereit. Was für Bozinger? Holy shit. Ja. I met with you, my friend. Wow, wow, wow. War nur einer, ne? Ja. Warte, warte. Warte, warte. 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 Finde ich gut, dass sozusagen die Security-Leute hier standardmäßig Night Visions immer auffahren. Ja. Stammer. Jetzt ist gut. Ich glaube, Pintos. Ja. Okay. Bist du bereit? Aufzug. Aufzug müssen wir nehmen. Die Helis. Oh shit. Ich dreh um. Tatsächlich? Woah. Der hat daneben geschossen. Go to one, have to keep it. Der geht runter. Nein, warte. Sorry. Ah, hier ist eins. Woah. Oh shit, 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 shit. Okay, okay. Bereit? Warte, 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 warte. Wir sind beide allen gleichen. Ist das okay? Ich weiß es nicht. Oh Gott, die sind gleich hammer. Du hast direkt gedrückt. Runter, 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 runter. Ja. Warte. Was jetzt passiert? Ah, jetzt okay. Drei. Drei, zwei, eins. Rocky. Ah, enter! Enter! Oh Mann ey. Okay, okay, nochmal, 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 nochmal. Okay, okay. Okay, okay. Drei, zwei, eins. Banane. Oh. Ah, links. Angräuner. Jawoooi. Nice. Beim ersten Try. Autos. Video Cut. Before the win. Oh, das sind voll die Gangster hier. Ich hecke gerade, alter. Mir ist das. Das ist ein Einschussloch im Arm. Ja. Ja. Ah, links. Warte. Sieh die links nicht. Oh, ich muss ein bisschen höher. Alter. Das wird mich mega merkwürdig gesollelt werden. Woah, woah, woah. Okay. Alles klar. Oh, ich muss korrigieren. Vorsicht, Vorsicht. Wo ist da jemand? Woah. 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 Hallo. Aufzug. You are drunk. Jemand. Weg da. Ja, ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Aber jetzt kommt Neuland, ne? Aufpassen. 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 Ja, genau. Schon echt cool hier, muss ich zugeben. Ja, Intense, Alter. Ja. Vorsicht jetzt, ne? Guckst du links? Ich gucke rechts. Ja. Ich glaube, wir müssen hier runter. Nein. Aber wir müssen hier was für anziehen. Ähm. Was nicht schnell was... Geh, 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 geh. Geh, zurück. Ja. Wow. Wow. Kann ich auch nochmal rückgängig machen? Ne. Echt? Wow. Alles klar. Alles klar. Siehst du mich? Ja, ich seh dich, ich seh dich. Oh mein Gott. Wir sind im Wasser. Noch ein Heli. Wie tauchen wir? Oh, mit... Mit, äh... Dings hier. Ähm... Du darfst... Ja, mit Lad hast du, na. Er ist down. Okay, der ist down. Okay, mit Shift und so weiter und normaler Mausbewegung. Jetzt zurück. Tauch, Mann. Okay, das ist relativ gut gemacht. Und du desinkst wie wild. Du gehst bei mir einfach. Cool. Ich bin ja noch... I'm unten jetzt gewesen. Wo musst du dich jetzt hin? Äh... Durch den Tunnel da. Oh mein Gott. Das sieht sehr gut aus. In First Person ist es viel besser, okay. Viel besser. V. Ja, I'm... I'm... I'm a little bit scared. I don't want to press anything. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen uns hier aufteilen? Keine Ahnung. Wir sind einfach nur zwei Sachen gewesen. Ja, ist alles super. Alles super. Ey, bei mir ist keine Luft mehr gleich. Ach, du scheiße. Bei mir auch gleich nicht mehr. Beeil dich. Schwing wie ein Madman. Keine Ahnung. Ich bin natürlich beeilt, aber... Du weißt nicht, dass man... Ich bin einfach schnell. Oh mein Gott, ey. Warte mal, vier Rebreavers? Warte mal, wir haben vier Rebreavers? Was soll das bedeuten? Ich glaube, ganz irgendwie... Oh, da lädt eine Lust nach, Alter. Jetzt einfach... Wenn's... Wenn's... Oh, wow. Okay, ich dachte schon. Alter, wir schwimmen ja mit Topsuite hier durch. Hier sollte nicht viel passieren. Pass auf, Alter. Kommt gleich an wo ein Hai. Ja, klar. Was ist das überhaupt hier? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bisschen höher. Ja, warte. Äh... Ist doch irgendwie mal mega grün, irgendwie. Ja. Wie holst du mich überhaupt hier ein? Äh... Ping. Wow. Wir sind draußen, Jungs. Wir sind draußen. Keine Ahnung, ob ihr die Information braucht. Shotgun... Äh, die... Flaggern, Flaggern, Flaggern. Naja, alles klar. Freedom! Signal. Ja, chill, 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 chill. Äh... Achso, wir müssen jetzt... Naja, klar. Wir müssen an die... An die Küste. Die müssen doch nicht alle töten hier. Ich weiß nicht. Die kommen ja immer wieder. Ja, jetzt ja nicht mehr, ja. Hallo. Na gut. Und... Nein. Let's go! Ja. Da hinten, da hinten, da hinten. Holy shit, wie weit weg ihr seid. Rocky, so weit da auch nicht war. Hier Rocky, so geht das. Hier, das geheime Zeichen. Was? Achso. Hey, Achtung. Krieg mich in Position. Nicht, dass ich mich Plot mache. Woah! Woah! Ey, sorry, ich... Ich rock hier gerade ein bisschen. Ey, ich kann... Ich kann mich echt nicht. Ich war in der Animation. Ich kann mich nicht wegbewegen. Aber warum bist du fast aufgelandet? Ey, ich habe nicht gesehen, dass es so krass... Äh... Style ist. So guys, go go. Achso. Oh, warte mal. Der Rote, der Rote Rocky! Oh Gott! Nein! Der Rote Rocky! Ey! Der Rote-Hor! Wir haben das geschafft, Leute! Rocky, der Rote-Hor! Geiiiil! Der Rote-Hor, ey! Ey, das ist aber auch Kacke zum Landen, ey. Das ist der... Warum können die denn nicht mal eine anständige Ecke aussuchen? Ey, ich habe mit allem gerechnet, ne? Außer mit dem Scheiß, Alter. Geiiiil! Das ist... Rocky, Rocky, Rocky du weißt, du weißt, ich bin... Du bist mein Bruder, ich liebe dich, aber... Das war ziemlich wenig, tut mir leid. Aber das war... Du hast am Ende der Runde noch mal alles so saut. Vor allem, ich sag's, und noch Rocky der Rote-Hor! Ja, aber du kennst es doch, man... Du drückst halt schon die Tasten... Ey, wir hatten es fertig gehabt, gerade so was, ne? Ey, wir hatten es fertig gehabt, gerade so was, ne? Ey, machen wir so eine Best-of-Liste... Von den ganzen Fails, so? In die Beschreibung machen wir die Reisen, oder so? Ja, ich weiß... Ich weiß, äh... Rocky-Rotor... Rocky-Rotor... Genau! So ein Ranking kannst du ja machen... Ey... Oh, shit! Ja, lass... Ich werde ab jetzt die Gesonderte aufnehmen, also... Ich mag... Ich hab halt so eine besondere Art und Weise, wie ich... Die Sachen... Wie ich Sachen aufnehme... Ich werde die Gesonderte aufnehmen, dann... Äh... Sind die auf jeden Fall gespeichert. Okay, da mach ich immer so Fails. Ja, ist bestimmt... So Fails-Combination ist bestimmt lustiger als das ganze Video. Ey, warte... Ey, Alter, ne? Wir schwimmen hier unten. Wir hören euch ständig am Explodieren. Äh... Ja, wir haben grad die dritte Rakete gefressen. Oh-oh. Wir haben mega Fun hier. Ist ja schön, dass wir fun haben! Wir haben mega Fun hier. Na gut. Aber wir sind fast an der Beach. Incoming... Da müssen wir auf jeden Fall die Helis ausschalten. Ja, die Bitch ist ganz nah. Kappa. Ja, es kommt der Rechte, oder? Äh... Ich weiß es nicht. Ich halte mal... Ich halte mal nach rechts. Ja. Leise. Wow. Mikro. Boah, ich werde beschossen. Ich kann nicht richtig zielen. Oh, shit. Der hielt mich in die Seite. Oh, shit. Ich halte mal was. Verschwinden die Helikopter, wenn wir, äh... das Signal schießen? Nein. Er ist down. Kann man euch helfen? Oh, Gott sei Dank. Ne, ne, ne. Ich geh schon, geh schon, geh schon, geh schon. Das ist gleich dran. Toll, Gere. Alles klar. Hör auf! Hör auf! Wir wissen nicht, was die Menschen mich damit trefft! Komm, wir gehen jetzt hier unten direkt schon ans Wasser. Komm. Dann kann der Rotor sich zerfetzen. Bist du sicher? Ja, keine Ahnung. Bestimmt nicht. Ich bin nicht aufs Blutzeug geschießen, wir sind schon ziemlich angegittet. Ja, wir haben... Also ich hab extra daneben geschossen. Slow and steady. Ich hab so Angst vor... Äh, Rocky, Rocky, komm runter. Komm runter, komm runter zum Wasser. Komm runter zum Wasser. Ins Wasser rein. Ja, oder so, genau. Können wir mal wieder einsteigen können? Ich glaube, wir machen eine Animation. Oh, ich bin in der Band. Ich bin in der Hand. Wow, 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 wow. Wow, Alter! Wie ist das passiert? Die Front, die Front... Der ist zu lang halt. Der ist so richtig krass lang, Alter. Ja, ich glaub ich muss als Co-Pilot einsteigen, ne? Jupp. Ich hab Angst. Kann ich, kann ich... Warte, ich geh hier außen rum. Er kann doch nicht... Ja, ich bin drin. Oh Gott, danke. Ah, du schaffst, das geht noch weiter, Leute. Was sag ich? Ja, was denn neben dem Blick? Wir kommen halt jetzt... Ja, wir flüchten halt jetzt. Oh wow. Isisisisis? Sind die oben und unten, Alter? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ihr habt doch schnell fahren, oder? Alter! Scheiße, nein! Ey, diesmal sind wir mehr. Oh oh! Oh oh! Oh no! Oh oh! Oh no! Oh no! OHH! Fuck you, Alter. Alter, mein Charakter sieht mittlerweile aus, Alter. Meiner Ass! Vor allen Dingen, da steht das die Mission gescheitert ist, weil ich gestorben bin. Ja... Ich hab extra die Seite mit, äh von dir hingedreht. Ich war neben dir im Cockpit. Oh ne ne Aber wir standen doch jetzt an der Stelle oder? Ja natürlich standen wir an der Stelle Ja ja sieht so aus Ja das ist ja mega evil Alter wenn das andersrum wäre Guck mal Rochi wir hätten nur in das Ding reinkommen müssen Das Problem war wir wurden halt schon 3 oder 4 mal getroffen wenn man mit der Minigun die Helis manchmal nur mit Glück treffen kann Okay Wenn man halt so Na ja Minigun halt ne Ja Die Minigun kann die Minigun auch ziemlich gut benutzen Ich drehe mal andersrum So nice Double side Guck was du gesagt hast Wow Gut dass unser Helikopter repariert wurde Oh hey unser Armaturenbrett brennt Geh mal in First Person Boah 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 Ich erneuere auch nicht den Daph verlass Boah Hey Jetzt ist es ausgegangen gerade, lass uns noch mal von der Rakete getroffen werden. Das wird gleich von rechts passieren. Oh der ist nur leicht getroffen, schön, schön. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Kevin, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Tot ist tot ist tot. Warum hat es dann so lange... Oh David! Fang das Ding. Oh du bist der Beste. Ich hab's geschafft. Das fangen wir ist nicht das Problem, aber... So, vier Raketen hätte er aus, ne? Waren das jetzt 2-0, die wir gefangen haben? Oh mein Gott. Sorry, die Waffe hier, ne? Die braucht auf jeden Fall mal einen Range-Buff. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Vor allen Dingen die Smokepuffs von der Waffe verwirren mich, weil ich nicht mehr sehe, ob ich den Helicopter sehe oder nicht. Weil diese kleinen schwarzen Füße findet ihr das. Hehehe. Weeeee. Wee, Zeug in der Pfundspur. Weeeee. Okay, er hat... Warte, 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 warte. Wow. Wow, Rocket, das ist los ey. Gibt's gleich um? Wow. Und das muss ich mir von der Frau sagen lassen, ne? Ist doch das Hack. Ich schieß rum. Man, ich hat Wind. Wow. Du hast die Windmühle getroffen, ey. Das Wind hat getroffen, ne? Wow. Genau. Genau. Ja. Ey, die Minigun hat aber auch nur ne limitierte Reichweite. Feuer. Ja, bitte kurz einstellen. Hallo. Ich muss landen. Danke. Echt? Wirst du da vorne zur Seite geschoben? Ja. Deswegen war das ja auch so schwer da oben da immer zu bleiben. Ich meine die Helikopter sind eh nicht gerade die Captain Stabilität und so. Und, äh, dann musstet ihr halt nur noch dann gegen die Minigun gegenreißen. So, und... See, we did it? We did it! Yes, we did it! Good job everybody! We did it! Tschüss, Hailey! Ich dachte, wie gibt dir die Hand, Alter? Wie ist das denn? Ich glaube, 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 da ist die Hand zu schlafen. Aber, und ich bin ehrlich jetzt, wie schlafen wie du bist, wirst du nicht zu sprechen über was hier passiert. Weil deine Neugiertheit, zu uns, eben... ...just ran out. Und um Gott sei Dank, ich hoffe, dass du professionell nicht mehr lasst, die Beweise rauskriegen. Oh. Natürlich Rocky, Alter. Ey, war klar, Mann. Ja, komm mal hier. Ja, siehste? Wow. Das kommt davon, wenn du mich mit nem Rotor tötest. Jetzt meines Wolltet er was. Rotor-Rocky. Bronze. Bronze? Warum? Das hab ich falsch gemacht. Achso, das weiß bestimmt nur die Mini-Galaxie. Du hast bestimmt, weil du dich nicht getötet hast, Rocky. Do not quick restart. Boah, ich hab 335 bekommen. Das ist echt fein. Das ist echt nice, ja. Jetzt kommen noch die Erfahrungspunkte. Dafür sind die aber auch schon gute 4 Stunden gedauert. Aber dafür sind die auch lustig und geil. Ganz ehrlich, das macht halt Fun. Ja, das sind echt super Sachen, ey. Ich meine, wie oft kannst du... Ich bin echt cool in Multiplayer-Missionen so. Ja. Der schwere Schwierigkeitsgrad ist halt mal schwer. Ja. Das ist halt ne coole Herausforderung. Oh. Fail to find a computer GTA Online Session. Okay. Okay. Quasi, wenn wir alle hintereinander auch schwer durchspielen müssen, ohne zu sterben. Oh Gott. Ey cool, wir sind in der Strip-Bar und trinken. Was? Ja. Oh nein. Film das. Oh nein. Nein. Ich hab keine Online Session gefunden. Ja. Es ist vorbei. Das ist ein coole Strip-Bar auf jeden Fall, in der ich nicht bin. Weil ich gerade in meinem Apartment bin. Oh, es geht weiter. Wie sind die Hocken hier gerade? Guck mal hier. Sehen. Warum musst du dein Geld da rein, Dave? Weil ich da... Weil ich saff hier ein bisschen Geld... Wie viel Geld hast du denn da rein, what the fuck? Das sind 3 Dollar. Ey, ich musste grad die Reinigungskraft zahlen, ey. Ist ja der Armer. Was wirst du grad zahlen? Die Reinigungskraft für mein Apartment. Ja. 50 Dollar. Möchte übrigens anmerken, ich finde es total toll, dass ihr Spaß habt im Strip-Club, währenddessen ich im Ladescreen bin. Und ich bin damals lahuter im's. Fabian! Ich hab mal den Hass. Ja. Parkind Robin. Vielen Dank.